Hi, mein Name ist Suki, ich bin Webmusikerin und ich möchte euch einladen am 10.09. um 12 Uhr zum Brandenburger Tor nach Berlin zu kommen. Denn dort gibt es im Zuge des Welttags der Suizidprävention eine Aktion, die nennt sich 600 Leben und es geht um die Themen Depression und Suizid. Das sind ziemlich schwere Themen, ziemlich harte Themen, sehr sensible Themen, aber es hilft alles nichts. Die sind eine Realität und wir als Gesellschaft sind angehalten, uns darum zu kümmern. Depressionen sind sehr verbreitet, viele Menschen sprechen aber nicht darüber, finden nicht die Kraft oder den Mut, sich zu äußern, mitzuteilen, wie es ihnen geht, was gerade passiert. Und dass sie schlimmstenfalls tatsächlich so gefährdet sind, dass Suizid eine Option ist. Denn 10.000 Menschen in Deutschland nehmen sich jedes Jahr das Leben, darunter 600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren und das sind ziemlich große Zahlen. Besonders gefährdet sind vor allen Dingen Menschen, die sowieso schon einen schweren Stand in der Gesellschaft haben, die betroffen sind von Mobbing, von sozialer Ausgrenzung, von Diskriminierung, Repression und so weiter. Tja, und wie es so ist, als Teil dieser Gesellschaft müssen wir früher oder später den Arsch hochkriegen und uns um diese Dinge kümmern, um uns zu sensibilisieren, um wach zu werden, um aufmerksam zu werden, dafür, dass es Menschen unter Umständen sehr, sehr scheiße geht und dass sie Unterstützung brauchen und dass sie Zuwendung brauchen und dass sie eine Ansprechperson brauchen. Und deswegen braucht dieses Thema insgesamt eine Öffentlichkeit, damit da Bewegung reinkommt, einfach um Leben zu retten. Genau, allen ist klar, diese Welt ist absurd und manchmal schwer auszuhalten, aber Überleben ist dann doch die bessere Alternative. Und deswegen seid ihr herzlich eingeladen, am 10.9. eben um 12 Uhr am Brandenburger Tor dazuzukommen und euch in das Thema einzuklinken, rauszufinden, wie ihr euch eure Wahrnehmung schärfen könnt, falls es in eurem Umfeld jemand gibt, der da die betroffen ist oder vielleicht seid ihr selber betroffen und wünscht euch eigentlich darüber zu sprechen, findet aber den Weg dahin nicht, den Weg zur Artikulation und könnt über so die Auseinandersetzung mit dem Thema nochmal anders an euch selber herantreten oder so. Genau, also es gibt viele verschiedene Gründe, sich dem Thema zu widmen und eine Möglichkeit wäre eben der Aktionstag am 10.9. am Brandenburger Tor. 600 lieben. Ich bin dann auch da. Alles Gute.